So, willkommen zurück zu Get Alive, ich bin zu euren McMillfun und ja, ja, wahrscheinlich für die neuen Abonnenten ist das wahrscheinlich jetzt gerade ein komisches Spiel. Ja, bevor ich Black Ops gestartet habe, habe ich eigentlich das und, also Get Alive und Dead Space gezockt, geletsplayt und ja, irgendwie als ich angefangen habe Black Ops zu spielen, habe ich so viele neue Abonnenten gekommen, ich komme, also Leute, das ist echt wunderbar, ich danke euch sehr dafür, ich meine, das sind so viele Abonnenten, ich komme echt nicht drauf klar und ich wollte einfach mal Danke sagen und ja, Aber, jetzt fragt ihr euch bestimmt, worum geht es hier? Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe selber keine Ahnung, worum es hier geht, ich verstehe die Geschichte einfach nicht. Ähm, das ist, das sind böse, okay, also das merkt ihr euch schon mal, das sind böse, okay, die sind echt böse. Und da gibt es noch Spinnen und Zombies und ähm, andere Viecher, die euch töten wollen und ja, das ist ja echt alles eine unschöne Sache hier. Aber es soll's. No Power, stimmt. Ähm, ja, nee, den Weg wollten wir nicht gehen, also wollte ich jetzt nicht gehen. Ähm. So, einfach nur rein aus Prinzip, einfach aus Prinzip, Leute. Mir fällt zwar noch nicht das Prinzip ein, aber einfach aus Prinzip, alles klar. Ja, okay. Hier hoch. Weiß nicht. Okay, ich dachte, das wäre ein Heli irgendwo. Ich geh jetzt mal da lang. Ich weiß, dass jetzt gleich Tausende kommen, seht ihr? Okay. Mit Kuh war das doch, oder? Was ging jetzt ab? Musst du mal in Zoom-Vision und alles mögliche? Ach da. Was ist das? Boah, was ging jetzt ab? So mal. Oh, Leute, ja. Ähm, für die neuen Abonnenten, äh, ihr seht, hier ist der Heil-Modus. Ist ein bisschen komisch gemacht. Aber, ist eigentlich auch ziemlich lustig. Ich mein, wenn, zum Beispiel, wenn ich zu oft am Gesicht getroffen werde, und ich hier in dem Fall kein Leben mehr habe, dann seh ich ganz, ganz schwach. Also, ihr seht, ihr habt, ich seh total verschwommen. Krieg gar nicht mehr auf die Reihe. Und ja, es hat halt so, hat halt so einen Nacheffekt. Und das geht erst weg, wenn ich das wieder geheilt habe. Finde ich eigentlich ziemlich lustig. So. Hier ist ein Raketenwerfer. Alles klar. Oh Gott, ich hör wieder, oh mein Gott. Okay, wo seid ihr? Hier ist derjenige Ding an. Hä? Wir müssen noch weg. Oh, nee, da waren Scharfschütze. Oh, kacke. So. Wo ist der Scharfschütze? Okay, drehen kann ich das Teil schon mal. Oh mein Gott. Nee, Leute, ich mach das einfach wieder mal aus Prinzip. Weil, oh Gott. Seht ihr? Nee, seht ihr? Das ist dumm. Das ist dumm gewesen. Oh, oh. Wow. Okay. Ah. Oh ja. Ja, ich weiß nicht, wo lang. Das ist alles so verwirrend. Oh. Bin ich hier richtig? Nein. Oh nicht. Irgendwie. Das ist eine Tür. Oh. Äh. Ja, super. Ja, super. Das habe ich auch schon letztes Mal gemacht. Und... Okay, Leute, machen wir es erstmal so. Hui. Ich hab's überlebt. Oh, warum nicht schlecht? Muss ziemlich stark sein. Ey, und das war gar nicht mal so schlecht. Ich wollte mich hängst töten lassen. Na gut. Zufälle gibt's. Ja, ähm, Power ist on. Und wir haben ja gerade eben gesehen, wir brauchen Power, um das Ding da hinten anzumachen. Und ich weiß nicht, was das Ziel ist. Deshalb renne ich jetzt erstmal zurück und wir werden es dann erfahren. Hoffe ich natürlich. Oh. Achso, ja, das hab ich total vergessen. Stimmt. Oh ja. Wunderbar. Oh mein Gott. Oh scheiße. Oh kacke. Verdammt, seht ihr? Jetzt sind meine Beine zum Beispiel im Arsch. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay. Chest. Globe. Und ab geht's. Oh. Irgendwo. Verdammt. Runter, 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 runter. Einfach runter hier. Oh Gott, ich hab einen gehört. Da lag ich auch nicht falsch. Sind die hier unten vielleicht? Haben sie schon darauf hier, dass ich da runterkomme, hier, wa? So. Was hab ich jetzt gemacht? Aber nichts Böses. Oh Gott. Ja, genau. Jetzt kommen Soldaten. Ob ich das so gemacht. Tür zu. Ja. So. Sollte es sich jetzt erledigt haben. Ah. Ach Gott. Einer hat noch überlebt. Sollte aber auch echt nur einer gewesen sein, der das jetzt überlebt hat. Sonst ist es sehr unrealistisch. Sag ich ja. Ähm. Hoch. Wie. Ah. Oh Gott. Ach so, ja. Manche fragen sich ja, warum ich Black Ops Videos nicht so schnell hochladen kann. Das liegt einfach daran, weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Oh Gott. Ah. Dieser Drecksheli. Warum zerstör ich ihn einfach nicht? Was ist das? Oh Gott. Ich habe noch sechs Leben. Keine Heilung. Und. Autsch. Ja. Ja. Ja, damit habe ich gerechnet. Oh, jetzt Leute, hört ihr die epische Musik. Oh ja. Wundervoll. Oh. Bin ich jetzt? So, jetzt habe ich das Ding angemacht. Ich will den Heli so schnell wie möglich zerstören. Ihr glaubt nicht, wie anstrengend der war. Also doch, ihr könnt, ihr habt ja gesehen. So. Du bist so ein Stück Scheiße. Da hinten. Hier habe ich nämlich unendlich Munition, glaube ich. Und das Glück gehabt. Da ist es. So. Weil nicht so rum. Doch. Nein. Na. So, wir gehen jetzt erstmal los. So. Oh, nein, nein, nein. Oh, verdammt, ey. Oh. Zu, zu. Und schnell weg hier. Was hat sich da jetzt geöffnet? Was ist das? Und wo ist das? Müssen wir einfach mal nochmal zurückgehen. Oh, nein. So. Ich hoffe, ich mache es richtig. Hopp. So. Irgendwas hat sich jetzt gerade geöffnet. Nicht irgendwo hinten. Oh. So, mein. Ich hoffe, ich bin richtig. Nein. Nein, ich fahre. Ich laufe jetzt gerade nur zurück. Tschüssi. Woho, ich habe ihn getroffen. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Oh, Moment. Obwohl, hat sich erledigt. Ähm. Ja, das Spiel ist halt nicht so, ne? Nicht so wie Black Ops. Einfach reinrennen und. Ne? Oh, Gegner. Nicht nur einer. Nicht mehr, aber. Oh. Oh. Na, ich hätte es einfach wissen müssen. Ne. Ich glaube, wir werden nochmal wieder runter und gucke hier unten einfach mal. Was es hier so gibt. Ich meine, irgendwas im Wasser hat sich doch geöffnet, oder? Aha, und es war ein Schloss. Genau das hat sich geöffnet. So, bevor wir da lang gehen, wie ich vorschlagen, mache ich hier einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play, get alive. Bis dann.